Herzlich willkommen zu einem neuen Stück der John Dewey Abendschule. Dieses Stück ist Teil der Kollektion Schule, in der wir uns noch mal genauer mit der Frage beschäftigen, welche Aufgabe die Schule als Institution im Kontext demokratischer Bildung überhaupt hat. Mein Name ist Anja Besand, ich bin die Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit Ihnen. Auch heute wollen wir uns wieder mit einer spannenden Frage beschäftigen und diesmal lautet die Frage, welche Bürgerinnen braucht das Land? Das klingt fast nach einer politischen und gar nicht nach einer pädagogischen Frage. Man könnte sich auf den ersten Blick durchaus vorstellen, dass diese Frage als eine Frage im Rahmen einer Sonntagabend-Talkshow besprochen werden könnte. Auf dem Podium säßen dann PolitikerInnen und würden darüber sprechen, welche BürgerInnen sie sich wünschen. Jetzt, wo ich es sage, klingt das ziemlich absurd. Schließlich können sich PolitikerInnen nicht ihre BürgerInnen selbst backen oder welche bestellen wie bei einem Pizzaservice. Trotzdem macht die Frage irgendwie Sinn, denn anders als in einem autoritären Staat kann die Demokratie nicht allein von oben nach unten stabilisiert werden. Sie muss vor allem von unten nach oben wachsen. Sie begründet sich auf Vertrauen und in unserem konkreten Fall auch auf Repräsentation. Aber wie kann sich das entwickeln und am Leben gehalten werden? Ich habe Ihnen zum Einstieg mal ein paar Sprüche mitgebracht, die diesen Zusammenhang unterstreichen. So hat Ernst Wolfgang Böckenförde 1964 beispielsweise gesagt, Zitat, Der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das nennt man das sogenannte Böckenförde-Diktum. Um was es ihm hier geht, sieht man, wenn man weiterliest. Er sagt nämlich dann direkt weiter, das ist das große Wagnis, dass er, also der Staat, um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regularisierungskräfte nicht von sich aus, d.h. mit den Mitteln des Rechtszwangs und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben. Was meint Böckenförde denn, wenn er hier von Voraussetzungen spricht? Das ist ja das spannende Wort in dem Zusammenhang, die Voraussetzungen. Was denken Sie, sind die Voraussetzungen für den Staat? Na tatsächlich meint er damit Religion. Für ihn gibt es so etwas wie ein religiöses Fundament oder die Religionen bilden ein Fundament von Werten, auf denen der freiheitliche Staat dann aufsetzen kann. Das kann man kritisch sehen, vor allem in einer hochgradig säkularisierten Gesellschaft, in der religiöse Konzepte von vielen gar nicht mehr akzeptiert werden. Trotzdem ist es ja interessant, sich die Frage zu stellen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit Demokratien funktionieren und stabil bleiben, auch über Generationen hinweg. Und deshalb wird dieses Böckenförde-Diktum auch sehr viel zitiert, selbst wenn es gar nicht um Religionen geht. Tocqueville hat sich mit dieser Frage auch beschäftigt und spricht in diesem Zusammenhang von sittlichen Voraussetzungen für die Demokratie oder noch präziser und auch etwas poetischer von den Gewohnheiten des Herzens. Auch da habe ich Ihnen das Zitat mitgebracht. Ich zitiere also Tocqueville, I considered Morris to be one of the greatest general causes responsible for the maintenance of a democratic republic. The term Morris meaning habits of the heart. Soweit Tocqueville. Also Morris heißt wörtlich übersetzt Sitten, das ist ja kein besonders gebräuchliches englisches Wort, das man vielleicht noch aus seinem Schulunterricht kennt. Aber Tocqueville erklärt das Wort ja auch selbst mit der Beschreibung Gewohnheiten des Herzens. Herzensgewohnheiten. Ich finde das schön. Die Frage ist aber, wo kommen sie her? Wie erwirbt man denn Herzensgewohnheiten? Das ist ein bisschen so wie diese Leitkultur-Debatten, die in rhythmischen Abständen immer mal wieder aufploppen und dann auch immer wieder verschwinden, weil niemand in der Lage ist zu sagen, wo diese Leitkultur eigentlich herkommt und was sie ausmacht. Das ist also schön, aber auch nicht so einfach an der Stelle. Suchen wir also weiter. Walter Whitman spricht in seinem Gedicht Grashalme, Leaves of Grass von 1819 von so etwas wie einer athletischen Demokratie und meint damit Amerika. Das lese ich Ihnen jetzt nicht vor. Aber sichtbar wird hier im Hinblick auf unsere Frage etwas Neues. Whitman sagt nicht, Demokratie ist religiös fundiert. Ja, vielleicht hat sie etwas mit Sitten und Werten zu tun. Auch das Herz ist Whitman in diesem Zusammenhang bestimmt nicht fern. Aber die Frage, wie das zustande kommt und gepflegt werden kann, darauf gibt es hier eine interessante Antwort. Er sagt nämlich, das muss trainiert werden, beständig und ausdauernd, wie ein Sport, bis es in Fleisch und Blut übergeht, bis man nicht mehr darüber nachdenken muss. Es geht um Übung. Das finde ich auch ganz spannend. Das vorletzte Zitat, das ich Ihnen zeigen will, ist von Josef Beuys. Er sagt recht schlicht, aber der Satz begleitet mich schon recht lange, Demokratie muss gesungen werden. Was will er damit sagen? Beuys ist natürlich ein Querulant. Er sagt immer etwas, was ein bisschen verstört, was man vielleicht noch nicht ganz versteht. Aber ich finde, da steckt einiges drin. Demokratie kommt also auch hier von innen. Sie muss Freude machen, kraftvoll sein. Sie braucht Luft. Es geht auch ein bisschen um Rhythmik, um Vielstimmigkeit, aber auch um Synchronisation, damit wir zusammen singen können zum Beispiel. Jetzt habe ich Sie vielleicht ein bisschen verwirrt mit all diesen Sprüchen und Deutungen. Sie fragen sich, was soll das alles? Und Sie haben natürlich recht. Interessant ist aber, dass es ideengeschichtlich in diesem Zusammenhang eigentlich ziemlich dünn wird. Wenn man sich die Frage stellt, wo Demokratie eigentlich herkommt und wie sie sich über Generationen hinweg stabilisieren lässt, dann findet man gar nicht so viel. Sicher, es gibt Voraussetzungen und keine Selbstverständlichkeiten. Wenn sie nicht gepflegt ist, dann stirbt sie. Aber wo findet diese Pflege statt? Wo werden demokratische Traditionen eingeübt und weitergegeben? In der Familie könnte man vielleicht sagen, das liegt in diesem Satz, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Aber was machen wir, wenn nicht alle Familien in gleicher Weise diese Gewohnheiten pflegen und sicherstellen? So, Sie merken langsam, worauf ich hinaus will. Der Ort, der sich mit den Voraussetzungen für die Demokratie beschäftigt, ist wohl die Schule. Einen ersten Blick darauf bekommen wir bei Dewey, denn Dewey sagt bereits in den 1920er Jahren, Democracy has to be born anew every generation and education is its midwife. Dewey ist einer der wenigen, der intensiv mit der Frage gearbeitet hat, wie sich Demokratie erhält, auf welchem Fundament sie aufruht und wie sie sich pflegen lässt. Und er sagt, das bleibt nicht einfach so stabil, sondern das muss in jeder Generation neu entwickelt werden. Und das Mittel, mit dessen Hilfe das gelingt, ist Bildung. Und in der Tat, schaut man sich an, was in den Landesverfassungen über die Bildungsziele der Schule steht, dann geht es in dieser Institution ganz zentral darum, junge Menschen dabei zu unterstützen, zu demokratischen Persönlichkeiten heranzuwachsen. Das sehen wir hier. Das ist der Artikel 101 der Sächsischen Landesverfassung. Sie hören das hier heute sicher nicht das erste Mal, aber man kann es auch gar nicht oft genug betonen. Denn hier steht nichts von Lesen und Schreiben, sondern fast ausschließlich Dinge, die wir unter der Überschrift demokratische Bildung zusammenfassen könnten. Es geht um die Ehrfurcht vor allem Lebendigen, Achtung vor der Überzeugung anderer, Frieden, Umwelt, freiheitliche Haltung, um nur einige Punkte herauszugreifen. Die Schule bereitet Schülerinnen und Schüler damit also auf ihre BürgerInnenrolle vor. Das ist spannend. Und genau darum geht es in diesem Kurs. Denn diese Aufgabe wird nicht von einem einzelnen Fach übernommen oder von ganz speziell ausgebildeten Lehrkräften, sondern von allen, also auch von Ihnen. Wie fühlt sich das an? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie denken, Sie sollen junge Menschen darauf vorbereiten, gute BürgerInnen zu werden? Denken Sie mal darüber nach. Fühlen Sie sich darauf gut vorbereitet? Was brauchen Sie eigentlich, um das machen zu können? Vielleicht fühlt sich das auch ein bisschen nach Überforderung an und vielleicht auch ein ein bisschen nach Bevormundung? Es ist gut, wenn Sie im Hinblick auf diese Aufgabe auch solche Gefühle haben. Denn Bevormundung ist in diesem Zusammenhang wirklich dringend zu vermeiden. Nichtsdestotrotz geht es darum, diese Aufgabe auch anzunehmen. Und, um Sie auch ein bisschen zu beruhigen, die Gefühle, die Sie gegenüber dieser Aufgabe haben, hängen auch damit zusammen, wie Sie sich eigentlich diese zukünftigen BürgerInnen überhaupt vorstellen? Welche Eigenschaften haben denn gute BürgerInnen in Ihren Augen? Wie sehen Sie sich selbst als Bürgerin oder Bürger in unserer Demokratie? Das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt eine Weile beschäftigen wollen. Aber keine Angst, ich habe Ihnen dazu keine weiteren Zitate mitgebracht. Wir machen das jetzt ganz spielerisch. Also zuerst mal die Frage, wer sind eigentlich Sie? Wie sehen Sie sich als Bürgerin oder als Bürger? Nehmen Sie an Wahlen teil? Und ist das wirklich die wichtigste Frage, die man in diesem Zusammenhang stellen kann? Geht es nicht eher um das soziale Miteinander? Dann frage ich mal anders. Kennen Sie Ihre NachbarInnen? Unterstützen Sie sich gegenseitig? Streiten Sie oder gehen Sie jedem Streit aus dem Weg? Haben Sie schon einmal an einer Demonstration teilgenommen? oder eine Petition unterzeichnet? Um was ging es da? Was sind die Dinge, politisch meine ich, die Sie so richtig aufregen? Für oder gegen was engagieren Sie sich? Welche Fantasien haben Sie im Fall eines großen Stromausfalls? Glauben Sie, jeder ist auf sich alleine gestellt? Oder denken Sie, wir sollten die Probleme gemeinsam bewältigen? Für wie resilient halten Sie sich gegenüber antidemokratischen Verführungen? Wünschen Sie sich manchmal heimlich eine starke Hand, die endlich mal Ordnung schafft? Wie gehen Sie eigentlich mit Minderheiten um? Können Sie sich gut unterordnen? Oder sind Sie jemand, der eher vorausgeht? Glauben Sie, für einen demokratischen Staat ist es besser, brave, ruhige BürgerInnen zu haben, oder aktivistische? Fragen über Fragen. Es ist nicht schlecht, wenn Sie sich darüber mal Gedanken machen. Am besten, bevor Sie anfangen, andere auf Ihre Bürgerrolle vorzubereiten. Aber vielleicht ist das jetzt auch ein guter Punkt, um Ihnen zu erzählen, wie wir in der politischen Bildung über diese Frage diskutieren. Was ich Ihnen jetzt erzähle, fassen wir zusammen unter der Überschrift die Bürgerleitbilddebatte. In der, man muss sagen, deutschen politischen Bildung wurde in den 1970er und 80er Jahren recht intensiv über die Frage diskutiert, welche BürgerInnenleitbilder wir in Bildungsprozessen eigentlich zugrunde legen. Begrifflich ging es in dieser Debatte hauptsächlich um Begriffe wie Normalbürger, Interventionsbürger oder Aktivbürger. Und diese Begriffe wurden von unterschiedlichen fachdidaktischen Akteuren in die Debatte eingebracht. Streit machte sich an der Frage fest, ob es denn in Bildungsprozessen sinnvoll ist, immer den Aktivbürger oder die Aktivbürgerin als Leitbild zu formulieren. Denn schließlich geht es auch in der Demokratie nicht darum, dass alle die ganze Zeit fahnenschwenkend auf der Straße rumrennen oder Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden wollen. Das Ziel, so war das Gegenargument, schien also unnötig hochgesetzt. Wir müssen in Bildungsprozessen eigentlich von ganz normalen BürgerInnen ausgehen und damit auch davon, dass sie zu Hause sitzen und sich nicht die ganze Zeit engagieren wollen. Wenn wir diese ganz normalen, durchschnittlichen BürgerInnen in den Blick nehmen, dann fällt es uns vielleicht leichter zu formulieren, welche Eigenschaften die aber dann mindestens haben sollten, damit die Demokratie nicht flöten geht. Das war eine Seite der Debatte. Also, was sollten die mindestens können? Sie sollen sich ständig informieren. Dazu ist ein gewisses Interesse an Politik und Gesellschaft nötig. Wenn es darauf ankommt, sollen sie wissen, wie sie ihren Widerspruch oder ihre Meinung öffentlich sichtbar machen können. Sie sollen bereit sein, an Wahlen teilzunehmen. Aber halt! Wenn jemand nicht zur Wahl geht, ist er oder sie dann keine gute BürgerIn? Was denken Sie? Sander war es, der darauf hingewiesen hat, dass es nicht die Sache der politischen Bildung ist, über die Rolle zu entscheiden, die BürgerInnen für sich in einer Demokratie finden. Es ist zwar wahr, dass wir in einer Demokratie auf ein gewisses Maß an Partizipation angewiesen sind, um zusammen freiheitlich entscheiden zu können, aber es gehört auch zur Freiheit, sich dagegen zu entscheiden, an bestimmten Angeboten mitzumachen. Und das können auch, wenn es manchmal weh tut und auch paradox klingt, Wahlen sein. Deichmann würde hier antworten, na, das ist doch klar, aber wir sprechen doch hier über BürgerInnen-Leitbilder. Natürlich wissen wir, dass sich nicht alle am Ende entscheiden, sich total aktiv in die Demokratie einzubringen, aber als Leitbild können wir das doch nicht aufgeben. Wir müssen doch unser Ziel ehrgeizig setzen und einen möglichst hohen Grad an Beteiligung im Bildungsprozess als Ziel formulieren. Sie sehen, die Debatte ist nicht ganz leicht zu entscheiden. Welches Leitbild würden Sie denn bevorzugen? Oder welches finden Sie am leichtesten zu begründen? So, jetzt gehen wir aber trotzdem noch einen Schritt weiter, denn das sind nicht alle Stimmen, die in diesem Chor sprechen. Anja Besand sagt, das bin ich, also ich sage, dass es noch viel mehr und differenziertere Vorstellungen von BürgerInnen-Rollen in der Demokratie gibt und dass nicht nur das Kriterium aktiv oder passiv hier eine Rolle spielen sollten, und wenn man genau hinschaut, dann ist das hier ja das Einzige, was wir in den Blick nehmen. Wollen wir aktive oder passive, also normale BürgerInnen? Mit der Festlegung, was normal ist und dass normal passiv ist, bin ich sowieso nicht einverstanden. Das ist ja eigentlich sowieso eine sehr merkwürdige Vorannahme. Also, das führt hier zu weit. Wichtig ist, dass Sie sich merken, ich sage, es gibt mehr als drei BürgerInnen-Leitbilder. Und Salomon sagt, dass das ganze Sprechen über BürgerInnen-Bilder Mist ist, weil im Begriff des Bürgers das Bild des Staatsbürgers oder der Staatsbürgerin steckt und wir in Bildungsprozessen nicht nur mit StaatsbürgerInnen zu tun haben. Was tun wir denn mit all denen, die keine Staatsbürgerschaft haben? Bringen wir denen auch etwas zugespitzt formuliert bei, was der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme ist, obwohl sie bei uns gar kein Wahlrecht haben? Oder geht es dann um ganz andere Sachen? Okay, wir haben jetzt sechs Positionen auf dem Tisch. Die drei ursprünglichen Vorstellungen, also Aktivbürger versus Normalbürger und dazwischen Interventionsbürger, der die nur dann interveniert, wenn es darauf ankommt. Das sind drei. Dann vier. Sander, der sagt, es gibt keine Bürgerleitbilder und daran brauchen wir uns auch gar nicht zu orientieren. Okay. Ich sage, es gibt mehr als das. Fünf. Und sechs. Salomon, der sagt, dass schon der Begriff des Bürgers oder der Bürgerin in der ganzen Debatte problematisch ist. Ich würde jetzt gerne ein Experiment mit Ihnen machen. Ich zeige Ihnen mal ein paar BürgerInnen-Bilder, mit denen wir in der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie gerne arbeiten und ich würde Sie bitten, sich eine Figur auszusuchen, die Sie für Bildungsprozesse interessant finden. Interessant kann in dem Zusammenhang vieles heißen. Eine Figur kann interessant sein, weil sie genau ihre Vorstellungen davon trifft, auf was wir uns in Bildungsprozesse hin ausrichten sollen. Sie kann aber auch interessant sein, weil sie einen Ausgangspunkt oder ein Problem beschreibt, an dem wir arbeiten müssen. Sessen wir jetzt in einem Seminar oder einer Vorlesung wirklich zusammen, hätte ich Ihnen die Figuren natürlich gerne analog mitgebracht. Und Sie könnten jetzt ein wenig um Sie herumstreifen, um sich zu entscheiden. Das geht digital leider nicht. Deshalb müssen wir uns mit Bildern behelfen. Sie können den Film aber immer mal wieder anhalten oder vor- und zurückspringen, um sich besser entscheiden zu können. Ihre Aufgabe ist zunächst, sich für eine Figur zu entscheiden. So, ich eröffne jetzt mal die Galerie. Dieses Bild haben Sie gerade schon gesehen. Es zeigt einen Blick auf mehrere Figuren in unserem Beratungsraum. Da sehen Sie auch die Materialität. Die sind also aus Holz. Wir nennen sie deshalb auch die Holzbürgerinnen. Aber jetzt gehen wir mal näher dran. Die erste Figur, die ich Ihnen zeige, könnte die Interventionsbürgerin sein. Oder eine aktivistische, aktive Bürgerin. Man weiß es gar nicht so genau. Mit der Handgeste sagt sie zu irgendwas offenbar Stopp. Sie dürfen die Figur aber auch gerne anders deuten. Die zweite Figur ist wohl eine Bürgerin in Uniform. Oder ist das vielleicht eine Reichsbürgerin? In jedem Fall trägt sie militärische Kleidung. Die dritte Bürgerin ist vielleicht eine Staatsbürgerin. Sie zeigt ihren Pass. Oder was sehen Sie hier? Oh, diese Figur mag ich besonders gern. Das ist eine Person, die offenbar Klopapier hortet. Umsichtig, eher ängstlich. Und vielleicht damit eine egoistische Bürgerin? Was haben wir hier? Das sieht ja ein bisschen aus wie Angela Merkel. Das ist vielleicht die Bürgerin als Amtsinhaberin. Und hier jemand mit Rucksack, eine Weltenbummlerin. Ach, vielleicht eine Weltenbürgerin? Oder was sehen Sie? Was ist das? Jemand in steriler Kleidung. Ah, vielleicht soll das in Anspielung auf die Pandemie eine systemrelevante Bürgerin darstellen. Da hätte man vielleicht aber auch jemanden nehmen können, der bei Edeka in der Kasse sitzt. Oh, eine Hutbürgerin, eine Wutbürgerin, eine Demonstrantin? Wie würden Sie diese Figur benennen? Und hier kommt jemand aus der Kiste. Was soll das sein? Eine Neubürgerin? Na, das sind ja einige. Was kommt als nächstes? Gleich noch jemand mit Verpackung. Aber diesmal ist die Tüte über dem Kopf. Wer kann das sein? Die desinteressierte Bürgerin. Und hier? Ah, das sieht aus wie Justitia. Vielleicht eine Bürgerin als rechte Inhaberin. Und hier eine Schülerlotsin. Das könnte eine gemeinsinnige Bürgerin sein. Was fehlt jetzt noch? Ach ja, die Bürgerin als Wählerin, klar. Und die Unternehmerin als Bürgerin, oder man könnte sagen Wirtschaftsbürgerin. Ach, und zu guter Letzt, die brave, ruhige Bürgerin. Wunderbar. Das waren jetzt erstmal alle. Fehlt Ihnen da jemand? Natürlich dürfen Sie nämlich gerne auch sich selbst weitere Figuren ausdenken und diese als Ausgangspunkt für Ihre Überlegungen nutzen. So, haben Sie sich für eine Figur entschieden? Dann haben Sie jetzt im Anschluss zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, erklären Sie bitte, warum Sie sich diese Figur ausgesucht haben. Und dann beantworten Sie bitte die Frage, was bedeutet diese Wahl im Hinblick auf Bildungsvorstellungen? Das heißt, wenn Sie sich eine Figur ausgesucht haben, die sich gut als Ziel für einen Bildungsprozess eignet, was muss in Bildungskontexten geschehen, damit dieses Ziel auch erreicht werden kann? Oder, wenn Ihre Figur eher ein Problem beschreibt und damit als Ausgangspunkt für einen Bildungsprozess genutzt werden kann, wie müssen Bildungsprozesse gestaltet werden, damit dieses Problem bearbeitet wird? Mit dieser Aufgabe lasse ich Sie jetzt erst mal allein. Gern dürfen Sie aber darüber spekulieren, wie sich wohl andere entschieden haben. Und wenn Sie diese Lerneinheit wirklich nur digital erlebt haben, wäre es jetzt eigentlich auch wichtig, das Gespräch mit anderen zu suchen und sich über diese Frage auszutauschen. Welche Figur haben andere Personen gewählt? Mit welchen Gründen? Und inwiefern beeinflussen Sie diese Argumente in Ihren eigenen Überlegungen? So, das war es jetzt aber wirklich. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder in der John Dewey-Abendschule. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und immer am Ball an den spannenden Fragen, die unsere Zukunft betreffen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. 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 Vielen Dank.